Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ChatGBT ohne Telefonnummer benutzen kann. Dafür geht ihr erstmal in euren Browser rein und drückt nun einmal ChatGBT ein. Drückt nun auf den ersten Link. Nun scrollt ihr hier auf den Punkt TryChatGBT. Drückt nun auf Login. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr euch nun anmelden, ohne dabei eure Telefonnummer eingeben zu müssen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.